Moin Leute, wir melden uns zurück aus der Winterpause, wir sind wieder da. FIFA Orake steht an, die Testspiele stehen an und mit dem Koily bin ich heute in Belek in der Türkei. Moin Bob. Und wir sehen Borussia München-Gladbach gegen Sivaspor. Borussia München-Gladbach, selbst Vierter der Liga, will natürlich in die Bundesliga zurückstarten, um oben mitzumischen. Und hinten drückt es ja auch gewaltig, aber Sivaspor, wir haben mal nachgeschaut für euch, es sieht nicht so gut aus. Man könnte auch sagen, Sivaspor eher so fast letzter, fast letzter der Super League. Also eigentlich ein optimales Freundschaftsspiel für Borussia München-Gladbach, was die Ziele nach oben betrifft. Ja, also Sivaspor ist knapp drüber über der Zone, aber halt auch wirklich knapp und ja, die müssen eigentlich eine prima Rückrunde spielen. Und Nordfeld testet gleich mal, ob dein Torwart auf dem Posten ist, braucht er hier aber gar nicht, der Nordfeld hat ein bisschen geschluckt beim Zielen, gerät vielleicht, wie man so sagen würde, fürs Phrasenschein ein bisschen in Rücklage. Und deshalb der Ball doch übers Tor. Wäre auch nur relativ knapp, aber mein Torwart hätte ihn wahrscheinlich auch gehabt. Hoffe ich. Ja, kann man nur hoffen. Die Borussia versucht es über Dahu. Stindl, ach Stindl, Stindl, ich erinnere mich, letztes Orakel, Coili, Stindl, dein Angstgegner. Ja, ja, Stindl, der alte Hannoveraner, der keiner mehr ist. Ja, ja, abseits sehe ich hier gerade. Noch sind die Mechaniken nicht ganz so gut, wobei man sagen muss, Coili, wir kehren ja auch aus dem Urlaub zurück, aus der Winterpause von uns. Und da gab es ja auch eine Neuigkeit. Da gab es auch eine Neuigkeit. Der intern ausgespielte Master of Universe ist... Zwischen Chrisbro, Joshman, Bob und Coili. Genau, der hat gewechselt. Der hat wieder mal gewechselt, ja. Titelhalter bin ich jetzt wieder tatsächlich. Hab Chrisbro von seinem Thron verstoßen. Verstoßen. Und mal gucken, wie lange das vorhält. Bisher konnte es ja noch niemand schaffen, den Pokal in den eigenen Händen zu behalten. Das ist ja aber auch immer eine Dramatik, denn der wird ja nur einmal im Jahr ausgespielt. Richtig. Und es ist jedes Mal sehr emotional. Ja, das kann man sagen. Und, oh. Und, oh. Aber wir hatten auch interessante Teams. Also ich hatte mit Watford echt ein Team, was ich so nicht kannte, was aber echt ganz gut war. Hatte ich nicht auf dem Zettel. Ich glaube, keiner hatte das so richtig auf dem Zettel. Oh, schöner Tipp. Ich glaube, das ist kein Abseits. Doch, ist es. Doch, ist es. Aber ich sag dir eins, der wäre drin gewesen. Der Traoré, oder wer war es? Der war definitiv durch. Der war durch, aber ich weiß nicht, ob er... Ah, ich hätte gerne nochmal drüber geguckt, Coily. Schade. Ja, du weißt... Aber es wird schon stimmen bei FIFA. Aber ich glaube, ich hätte gerne gesehen, wie knapp das Ganze war. Naja. Hilft nix. Dann eben nicht, ne? Dann eben nicht. Oh, schön mal eben über den Ball gestreichelt. Ah, läuft da außen schön mit. Da kann er legen. Ja, wird aber noch gut zugestellt. Also momentan, die Türken stehen hinten stabil. Vorne geht noch nicht viel. Deinen Namen. Ich würde gerne ein bisschen kommentieren in deiner Richtung, aber das ist schwer. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir angucke, wie die Leute heißen, äh... Im Grunde genommen, ich kann sie nicht aussprechen. Oh! Oh! Da treffe ich aber mal die Plastikflasche neben dem Tor. Ich würde schon mal sagen. Die sah ich auch fliegen. Aber der streichelt am Tor vorbei und die Flasche... Ja, ich glaube, da muss er sich eine neue Halbzeitpause holen. Ich glaube, die ist jetzt leer. Ja, zumindest liegt sie. Wobei, so viel Tempo war es dann auch nicht, ne? Nö, aber trotzdem muss ich mal... Wenn er was trinken möchte, soll er da was dran tun, ne? Da hat jetzt gerade mein Gamepad hart gerumbled. Ich glaube, wir hatten einen dicken Fighter an der Mittellinie. Und jetzt vielleicht mal durch die Mitte steiler Ball. War das ein Schuss oder ein Platz? Ja, es war nur ein steiler Ball eigentlich. Aber hätte auch ein Schuss sein können, so ist es nicht. Ja, also du tust was für deine Statistik. Ja. Habt ihr gesehen. Ob das jetzt... Da zeigt sich Stindl. So effizient ist es dann die andere Frage. Stindl ja noch nicht so gut in diesem Spiel wie in dem davor. Verliert hier auch den Ball gegen Erdal. Und die Türken verlieren aber auch wiederum den Ball. Also großes Hin und Her. Ich wollte sagen, großes Hin und Her war es aber auch... Furcht aus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Also die Platzwacher versuchen das ganz gut zuzustellen, aber haben doch manchmal Probleme mit dem Zugriff. Oh. Interessante Variante. Der Ball bleibt im Spiel. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ganz schlecht. Ja, ich... Jetzt ist die Frage... Nee, der sieht sehr schnell aus. Dein Außenverteidiger. Gut gelöst von Boy. Oder wie auch immer er heißt. Ja. Kann sein... Nee, das ist gut gespielt. Und es ist Stindl. Was auch immer der immer da vorne macht als DM. Ich dachte schon, wieso habe ich den ersten nicht reingemerkt, wieso? Und dann hatte ich das Glück. Trauré verschießt hier noch. Und dann, ja, keiner steht bei Stindl. Die 13 schlägt wieder für dich, Keuli. Ja, ich merke schon. 13 ist einfach keine gute Zahl. Weder am Freitag noch an einem anderen Tag. Der Lars Stindl wird noch zu deinem Albtraumspieler. 1 zu 0, direkt vor der Pause, glaube ich sogar. Ja, ganz so schlimm ist es noch nicht. Also es ist... Ja, wobei, okay. Also, ich sag dir, das Spiel ist relativ gut verstrichen, so. Ja, doch. Oh. Die Highlights hielten sich auch in Grenzen. Aber das ist natürlich klar. Ah, die Teams ja erst aus der Winterpause zurück. Aber jetzt wird Tempo gespielt. Das ist Stindl! Ich sag ja, die 13. Das wird noch ein schwarzer Freitag, finde ich, wenn es weitergeht. Hätte passieren können. Gibt es Eckball? Weiß ich nicht. Also, irgendwann sehen wir nochmal das Tor von Stindl. Der Kopfball eben. Ich glaube, es war Stindl. Aber der war dann anscheinend noch abgefälscht. Sonst vielleicht gefährlich geworden. Sonst auf jeden Fall gefährlich geworden, weil der Tor war an der anderen Ecke. Schauen wir mal. Trauré hebt. Den rechten Arm. Eine Armlänge Abstand, bitte. Und spielt diesen Ball hinein. In den 16er. Da ist aber niemand. Da fällt sogar noch ein Gladbacher hin. Und ich glaube, jetzt wird der nochmal wieder... Oh! Oh, 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 oh. Der Brauer hat zu lang bei der Annahme. Und jetzt die Türke. Ja, und da zeigt sich, warum Sie was vor auf dem Tabellenrang 14 der eigenen... Nee, 15er eigentlich die Liga rangiert. Knapp drüber. Alter, der hat aber ein schönes Frisürchen da. Verdammt. Nicht-Einschreiten sah trotzdem gefährlich aus. Sah trotzdem gefährlich aus. Und ja, Lars Stindl hier, der einzige Torschütze bislang. Mit Testspielen hofft man natürlich immer, dass es besonders viele Torschützen gibt. Und zeitgleich, während wir dies hier aufnehmen, ist übrigens gerade in der wunderschönen Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins Kiel ein Hallenturnier. Und Eutin 08 spielt dort. Ist das nicht spannend, Keuli? Ja, gigantisch. Holstein Kiel ist auch noch dort. Eichede, Weiche. Ach, ist doch immer schön, wenn man mal so regionalen Fußball sieht, oder? Ja, gut, für mich ist es ja kein regionaler Fußball. So, ich mache jetzt mal wieder diesen Fehler vom letzten Mal. Vielleicht wird er sich dieses Mal ja als Glücksfall erweisen. Ich nehme nämlich tatsächlich Raphael wieder raus. Oh, oh ja. Scheiße. Oh ja. Was soll ich denn da reinsetzen? Ach du Scheiße. Oh, Keuli. Du erinnerst dich an das großartige Abonnentenspecial. Ja, immer. An eine Szene mit einem rechten Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, der da aber nicht mehr spielt. Ja, ja, ich habe schon schlimme Befürchtungen. Dein Schreck? Ja. Warte, da kommen sie reingelaufen. Hofmann ist wieder dabei. Jonas Hofmann. Verdammt. Josef Drimic. Und ich glaube, wen habe ich denn als Drittes noch gewechselt? Ach ja, Tolgan Hazard habe ich reingebracht für den offensiv schwachen. Weiß ich gar nicht mehr, weil offensiv schwach. Ja, was soll ich sagen? Ich habe vergessen, auf B zu drücken. Oh, willst du nochmal wechseln? Komm, mach. Machen wir. Wir wollen neue Stars sehen. Weißt du, das ist ja auch die Testphase. Schade, dass wir irgendwie nicht eingestellt haben. Ich weiß gar nicht, ob das geht, dass wir sogar noch mehr Wechsel zulassen. Denn in diesen Testspielen darf man ja oft zumindest so oft wechseln, wie man will. Oder zumindest häufiger als dreimal. Mindestens sechs. Naja, gut. Wir machen das hier mit drei Wechseln. Das wird schon funktionieren. Du sagst einfach, wenn du wieder so weit bist. Geht los. Derweil noch ein bisschen im Kader der Gladbacher um. Also ich bin jetzt fertig. Ja, dann gib Gas. Gar kein Problem. Dann warten wir jetzt noch, bis die nächste Auszeit sozusagen kommt. Und die wird kommen. Da bin ich mir sicher. Ja, also der Defensivverbund, der Gladbacher, das ist bisher im Spiel nicht so das auffällig Gute gewesen. Musste es aber auch nicht sein. Musste es bislang noch nicht sein, das stimmt. Das ist ja auch, die Offensivqualität meiner Leute ist ja auch schwer begrenzt. Stündl, der wird gar nicht angegangen. Da versuch das mal, ne? Der Lars, ganz ruhig. Ganz trocken, weißt du. Versuch der ins lange Eck zu schnibbeln. Aber der Keeper hier mit einer schönen Flugeinlage. Und da sehe ich sie, die Wechsel. Die 19 kommt glaube ich rein, die 21 geht raus. Und du hattest auch interessante Rückennummern. Da geht einer mit einer 66 raus. Adem Kotschak. Ja, und jetzt kommt einer mit einer 19 rein und einer 35. Ja, Barbalest. Ich glaube, das ist sogar einer mit einem höheren Marktwert bei dir. Ich bin zumindest noch mal kurz über den Transfermarkt Kader rübergegangen, um zu sehen, was die so haben. 34,6 Millionen, sagte ich dir, ist der Kaderwert. Ja. Das ist nicht so viel. Ne, ich wollte gerade mal nach einem guten Vergleichswert suchen, aber habe natürlich leider keinen rausgesucht. Wie das dann immer so ist. Ich muss zurückgeben, 34 Millionen Kaderwert, da bist du in der Bundesliga aber relativ weit unten. Christensen versucht hier gerade mal. Den Verteidiger der Gladbacher kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Scheint aber ein junger Typ zu sein. Cooler Guy, hätte hier fast ein Kopfballtor gemacht, nach einer Ecke. Und jetzt erstmal ein weiterer Abschlag von Siversporn auf Chalhatschuhe. Alter, wenn ich das lese, kann ich gar nicht nehmen. Bei Fußballspielen! Das ist eine gute Strategie von dir. Ja. Verwirrungstaktik mit Namen. Ja. Das war dein Trick. Ja, man muss ja sagen, in unserer internen Freundschaftsspiel-Saison steht es momentan 6 Punkte zu 3 Punkte, die ist unentschieden, müsstest du hier schon holen, glaube ich. Zumindest um theoretisch noch eine Chance zu haben, ja, das ist richtig. Aber das ist ja auch noch drin. Es ist noch drin, noch ist es nicht entschieden. Und wie gesagt, im Moment... Im Moment spielen die Türken gut. Sind mehr im Spiel als in der ersten Halbzeit. Jetzt hier auf der Außen, die Flanke nach innen. Fängt ja im Sommer so gerade auf der Linie, hat er recht geschickt gemacht. Gut, versucht jetzt hier weit abzuwerfen. Das ist leider ein bisschen schiefgegangen. Und die Gladbacher weiterhin unter Druck. Ja, spielen jetzt nicht mehr so sauber. Oh, fuck. Ja, aber rettet er vor der Außenlinie. Aber ich sehe jetzt ein unsauberes Spiel. Da kommen nicht so viele Bälle gerade an. Nee, nicht so zumindest. Da würde man sich wünschen, dass da mal jemand für Ruhe sorgt. Das wäre aber eher so ein Garant fürs ZDM. Da habe ich leider keinen eingewechselt. Ich habe, wie immer schlau ich bin, offensiv gewechselt. So. Der Ball erstmal im Aus. Das ist jetzt eher so mittelfettgeplinkert. Das ist das, was man sich so von Testspielen leider erwarten muss. Was man aber nicht sehen möchte. Man ist natürlich eher in der Hoffnung auf viele Tore. Johnson jetzt auf der Außen. Ist mal durch. Der ist aber auch für einen verdammt schnell. Oh, und der Torwart überrennt da Stindl. Aber der Torwart als heilige Kuh, wie in Indien, darf nicht angegangen werden. So, jetzt Kurtulos. Die 35, die hast du eingewechselt, habe ich gesehen. Ja. War trotzdem jetzt in diesem Fall mal unterlegen. Ich muss dir mal eins erzählen. Den Hofmann haben sie leider ein bisschen mit zu vielen defensiv Rennwerten gemacht. Aber, da ist er, Hofmann. Da hole ne Ecke. Zumindest konnte er sein gefährliches Dribbling aus der Vergangenheit nicht ansetzen. Nee, nee, diesmal noch nicht. Aber du rechtest ja auch damit und deswegen darf ich das ja eigentlich auch nicht bringen. Ja, das Problem ist, wenn ich damit rechnen konnte ich das damals immer nie abwehren. Das war immer so das Problem. Torgen Hazard. Der tritt die Ecke auch eingewechselt auf Christensen. Der macht da viel Alarm nach Ecke. Das ist Stindl weg. Ja. Und Tschüss. Auffällig ist auf jeden Fall in diesem Spiel. Ja, als Verteidiger. Naja, er ist ja auch an vielen offensiv Aktionen beteiligt, nur er trifft das Torwart nicht so. Ja, gut, ich sag als Verteidiger, was willst du erwarten, ne? Nee, Stindl ist auch kein Verteidiger. Nicht Stindl, Christensen. Achso, ja, der ist auch an vielen Aktionen beteiligt. Aber das eben war ja Stindl. So, Wendt muss ich jetzt hier durchsetzen. Das war nix. Schön gespielt hier. Zur Mitte. Oben wäre frei! Hat er auch angezeigt. Ärgert sich hier. Vielleicht der Abschluss dadurch zu früh kommen, ob er oben da läuft. Ja, viel schlimmer ist einfach der Abschluss. Der war jetzt auch eher so kontraproduktiv. Deswegen habe ich den Leuten lieber gesagt, oben, damit sie lieber da hingucken, anstatt auf den Abschluss zu achten. Weißt du, da kannst du immer noch sagen, boah, was ein knapper Schuss. Auf jeden Fall bist du deutlich mehr drin im Spiel jetzt. Aber das Problem ist, es kommt einfach kein Ball aufs Tor. Das ist richtig. Das bringt ja dann auch nicht so. Oh, schön gespielt. Oh, Aluminium. Ich glaube, der Drimmage war es. Das passt zum Drimmage. Ja, leider ja. Da würde er sich ärgern, der Gude. Ah, machst du nix. Jetzt zieh das doch auf. Ja, ich muss es zumindest einmal probieren. Es war ein netter Ansatz von Hofmann. Es war auch eine sehr schöne Schweigeminute für Hofmann quasi. Ja, die Schweigeminute ist pure Konzentration, jetzt bloß keinen Fehler machen. Ja, auf beiden Seiten aber auch. So ein Dribbling, wenn das nach hinten losgeht, ist ja auch schlecht. Er öffnet ja Kontermöglichkeiten. Oh, der ist aber ziemlich ausgepumpt, der Nordweit. Vielleicht hätte ich den mal auswechseln sollen. Mein Mittelfeld wirkt generell recht ausgepowert. Vieles hat sich im Mittelfeld zugetragen. Und dieses Spiel, dieses Testspiel in Belek, nicht in diesem wunderhübschen Stadion von Borussia Mönchengladbach, das soll anscheinend 1 zu 0 ausgehen. Zuvor hat Hansa Rostock gegen Silvers vorgetestet. Ein 1 zu 1, also auf jeden Fall ein machbarer Gegner für Borussia Mönchengladbach in diesem Testspiel. Aber mal gucken, das hängt ja dann auch immer von den Aufstellungen ab. Können wir sehen. Aber anscheinend geht damit dieser Frontierspielpokal an mich. Cody, was würdest du denn sagen zum Spiel gegen Silvers vor? Wie wird sich Borussia Mönchengladbach in Wirklichkeit schlagen? Also ich glaube, in Wahrheit wird Borussia Mönchengladbach definitiv zwei Tore mehr schießen. Ja, eher so zwei Tore mehr, weil die sind ja jetzt auch nicht die schlechteste Mannschaft, aber zumindest besser schlagen als sie jetzt hier. Ja, hier fehlt es dann teils an der Präzision. In der ersten Halbzeit waren sie auch besser, die Gladbacher, griffiger. Ja, in der zweiten Halbzeit sicherlich die Aktion des Pfostenschusses noch das Beste, was wir so zu sehen bekommen haben. Es fing alles, Nordfeld hat viel Alarm gemacht anfangs. Am Ende hatte der auch keinen Saft mehr. Aber da das glückliche Tor durch den Abklatscher einfach nur. Ich wollte sagen, der Abklatscher war im Endeffekt im Spiel entscheidend. Nichtsdestotrotz, es war zeitweise doch sehr knapp. So wie hier zum Beispiel zu sehen. Ja. Ja, die Distanzschüsse auf jeden Fall probates Mittel. Hier hat Stindl das nochmal versucht. Hätte er sich fast selbst reingehauen. Boah, drückt er schon zur Seite raus. Muss er aber auch haben, halb hoch. Sieht immer gut aus für ein Torwart. Und jetzt kommen die Kopfbälle des Christen. Der erste war noch nicht so gut, aber ich glaube, der zweite, den er nachher macht, der landet relativ nah am Tor. Erstmal hier dein zweiter Abschluss, glaube ich. Im Fallen. Vielleicht sogar freistoßwürdig. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Und dann das Ding, wo man sich fragt, wie konnte der bitte so daneben gehen? Der ging weit. Und jetzt nochmal das Durchstecken. Auch die gute Ausflugbewegung. Und dann, ja, im letzten Ende ist das Pech des Dribbetsch, würde man sagen. Innenposten. Der Ball springt zur Mitte weg und es gibt kein Tor. Wir schauen auf die Statistik. Wir schauen auf die Statistik und sehen, kein Schuss aufs Tor. Präzision ist wichtig, kann man anhand dieser Statistik erkennen. Ja. Ich mit neun Schüssen, drei aufs Tor ist nicht sonderlich gut. Und du mit drei Schüssen, null aufs Tor ist ähnlich schlecht. Wobei bei dir dann natürlich eine Schussgenauigkeit von null rauskommt. Und bei mir eine von 33 Prozent. Das liegt aber daran, dass du natürlich keine aufs Tor gebracht hast insgesamt. Richtig. Nichtsdestotrotz, ich habe meine Passgenauigkeit ein bisschen verbessert in der zweiten Hälfte. Ja, das war bei mir tatsächlich relativ stabil. Ballbesitz hätte ich gar nicht so gedacht, dass der dann doch ungefähr bei 60 Prozent für Gladbach liegt. Ich dachte, das sei doch deutlich ausgeglichener gewesen. Ja. Gut, was haben wir denn hier? Der Spieler des Spiels ist Nordfight bei mir. Bei mir ist es, gucken, oh, was haben wir denn hier? Mit einer 8,5. Ich gebe mal auf meine Bewertung. Gucken wir, so, Bewertung. Bei mir ist es eher doch. Kass? 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 Nee. Oder Erdal? Erdal. Linksverteidiger oder ZDM? Ja, beide sind bei mir relativ gut bewertet. Was heißt relativ, ne? Bei mir haben sie bei dir eine 6,8. Bei mir haben sie eine 7,1. Beziehungsweise bei dem ZOM haben sie eine 6,8. Was soll ich dir sagen? Drimmitsch hat eine 5,2 bei mir gekriegt. Überraschung, ne? Aber wäre das Ding drin gewesen, sähe das natürlich anders aus. Und Hofmann hat jetzt auch nicht so die Leistung gebracht. Und Raphael hat natürlich wieder mal die bessere Leistung gebracht als sein Ersatzmann. Naja, machst du nix. Kann man sich für Gladbach tatsächlich mal merken. Den sollte man nicht rausnehmen. Denn der Drimmitsch macht das nicht besser. Nein, definitiv nicht. Insofern danke fürs Zusehen. Das Spiel, wann war das jetzt? Am Dienstag, ne? Am Dienstag war das. Am Dienstag, den 12. wahrscheinlich. So um und bei. Naja, ihr werdet es schon sehen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschö.